Schön, dass du einschaltest. Heute möchte ich dir vorstellen, wie du deine Krankenscheine über eine App von der HKK schicken kannst. Falls du bei einer anderen Krankenkasse bist oder es aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, gibt es natürlich die Möglichkeit, das auch noch per Fax zu schicken oder natürlich per Post. Das kostet aber Geld. Ich verlinke dir gerne ein Video, wie du auch online praktisch einen Fax versenden kannst. Damit kannst du auch alle möglichen Daten übersenden in der heutigen Zeit immer noch. Mit der HKK-App kann man praktisch alle möglichen Dokumente schicken, aber auch eben Krankenmeldungen. Solange das noch nicht digital funktioniert, dass automatisch an der Krankenkasse die Meldungen versendet werden, macht es Sinn, zum Beispiel diese App zu nutzen, bevor man irgendwelche Briefe versendet. Dann kommt die nicht an oder per Einschreiben oder was auch immer. So geht es einfach ganz einfach und unkompliziert. Dafür habe ich die App einfach mal geöffnet. Wenn du die App praktisch öffnest, hast du praktisch eine kurze Anleitung und kannst auch Daten praktisch aktualisieren. Dann kann man einfach mal loslegen. Bist du halt noch nicht registriert, dann natürlich registrierst du dich erstmal. Dazu wirst du jetzt praktisch mal auf die Webseite weitergeleitet und da gibt es einfach mal alle Daten halt einfach an. Bei der Anmeldung musst du rein theoretisch einfach nur die Versicherungsnummer, Postleitzahl, dein Geburtsdatum und natürlich das Ganze bestätigen unten. Und dann sollte das kein Problem sein. Du kannst natürlich auch mehr Angaben machen. Nachdem du praktisch die Identifizierung startest, dauert es halt einen Moment. Nachdem man die Daten angegeben hat, muss man die App runterladen, neckt. So, nachdem die Verifizierung geklappt hat, bei mir hat es ein paar Versuche gedauert, geht aber komplett ohne Mitarbeiter automatisiert. Du hast einfach gesagt, was du machen musst mit Personalausweisen, die Kamera halten, bewegen und so weiter. Dann werden Videoaufzeichnungen gemacht und es wird automatisch übertragen. Nachdem die Verifizierung fertig ist, muss man das Passwort praktisch wählen. Hier sieht man auch wieder mindestens 10 Zeichen, eine Zahl, ein Groß- und ein Kleinbuchstabe und ein Sonderzeichen. Das Ganze natürlich dann auch wiederholen. Ja, dann muss man auch mal praktisch einen PIN vergeben. Einfach nochmal als weiteren Schutz. Ja, nachdem es funktioniert hat, ist die Registrierung für die App abgeschlossen. Wenn man ein OK drückt, dann kommt man direkt wieder zur App und dann kann man sich gleich anmelden. Für die Anmeldung braucht man praktisch die Krankenversicherungsnummer. Die fängt in der Regel auch mit einem Buchstaben an, ist nur auf der Vorderseite. Am besten die dann auch gleich halt merken. Dann, um die Identität zu bestätigen, halt für die Anmeldung halt das Passwort. Dann muss man halt die Berechtigung auch geben. Ich sage einfach zulassen. Ja, wenn alles geklappt hat, kommt man auf die Startseite. Es kann auch sein, dass es ein paar Probleme gibt. Da muss man hier oben mal ein bisschen rumprobieren. Bei mir hat es jetzt ein bisschen gedauert. Und dann kann man halt wirklich Dokumente, persönliche Daten und so weiter alles korrigieren oder irgendwelche Sachen zu schicken. Es muss jetzt nicht nur eine Krankenmeldung sein, sondern kann auch alles Mögliche sein. Ja, wenn wir jetzt sagen wollen, wir wollen jetzt eine Krankenmeldung hochladen. Dann gibt es nochmal kurz ein paar Hinweise, dass man zum Beispiel auch das Dokument auf den dunklen Untergrund legen soll, damit es sich wahrscheinlich auch einfach abhebt. Zulassen, Berechtigung und so weiter. Ja, man soll einen dunklen Hintergrund nehmen. Dann fehlt sich zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt hier einfach mal so einen schwarzen Sessel. Ja, nachdem man praktisch, man muss halt schauen, dass es direkt ist, bestätigen das Ganze und dann hochladen. Dann fragt er sich, dann fragt er natürlich nochmal, ob man sich sicher ist. Die Daten wurden überprüft und gesendet. Und dann wird halt nochmal auf hingewiesen, dass man sechs Monate praktisch die Unterlagen aufbewahren soll, falls es irgendwelche Probleme gibt oder was auch immer, Rückmeldungen und so weiter. Und ja, dann bestätigen wir das Ganze. Und dann können wir den Vorgang wiederholen, falls wir mehrere Dokumente haben. Oder das kann man allgemein einfach, um irgendwelche Dokumente zu übertragen. Ja, ansonsten hoffe ich, dir hat die Folge gefallen. Gib mir gerne ein Like, kommentiert das Ganze, abonniert meinen Kanal, damit du kein Video verpasst. Ich wünsche dir nur das Beste, dein Kostenoptimierer.